Hallo meine Einhörnchen! Ich bin die China! Hey, wir sind mit im Wahlkampf! Wir müssen verantwortungsvoll mit den Ressourcen hier umgehen. Los geht's! Wie schaffen es Terroristen, Medien gezielt für sich zu nutzen? Hier wurde im Jahr 1921 die Kommunistische Partei Chinas gegründet. Transsexuell ist generell ein irreführendes Wort, denn es geht hier weniger um die sexuelle Orientierung, sondern um die eigene Identitätswahrnehmung. Was passiert, wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen gezahlt wird? Aber warum ist die EU denn bei manchen so unbeliebt? Fisch frisst Plastikteilchen, Vogel frisst Fisch, the circle of life, alle Tierarten sind davon betroffen. Äh, geht's noch? Was wäre denn eurer Meinung nach ein guter Umgang mit dem Thema Periode? Redet einfach miteinander, Probleme lassen sich gemeinsam viel leichter lösen. The Internet now opened everything up. It became cool for us to be different. Ich mein, klar habe ich als Frau auch meine eigene Karriere im Kopf. Ich möchte ja später auch gerne unabhängig leben können. Frauenpower und so. Vor allem bei uns kaufen immer mehr Menschen bewusster ein. Wir sind geflüchtet als, als, als Gesellschaft. Der Wohlstand der Ersten Welt, unserer Welt, beruht seit Jahrzehnten auf der Ausbeutung der Dritten. Und die große Frage ist jetzt natürlich, was kann man dagegen machen? Lest nicht nur Überschriften, sondern den ganzen Artikel, beziehungsweise guckt das Video bis zum Ende. Auch ich habe jetzt Bock, noch weitere Projekte noch intensiver umzusetzen. Wir sind das Internet, wir sind das Internet, wir sind das Internet. Wir sind das Internet, wir sind das Internet. Vielen Dank.